Die Spiel der Woche, Shopking Short Highlights, powered by Heidkamp und Hülscher aus Stadtlohn und von der Feuerbank West-Münsterland-EG. Das Spiel der Woche mit Ausgabe 186, Spitzenspiel in der Beziehung Elf. Der Wählentführer heißt Stadtlohn trifft am 20. Spieltag im heimischen Losbergstadion auf dem zweiplatzierten SC Recken. Die FC Safer auf die Shopking Short Highlights. Los geht's! Die Spieltag! Die! Ja! Los geht's! Los geht's! Die! 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 Oh! Das alles und noch mehr ist zu sehen im aktuellen Heimspiel, Spiel der Woche. Bis zum nächsten Mal.